Moin! Willkommen in Leipzig, gegenüber vom Hauptbahnhof. Hier ist der nördliche Endpunkt der Buslinie 89. Die Linie 89 führt von hier aus durch die Innenstadt und das Komponistenviertel zum Connewitzer Kreuz. Meistens werden auf ihr Elektrobusse des Typs VDL Citea eingesetzt. Von denen besitzen die Leipziger Verkehrsbetriebe LVB inzwischen über 20 Stück. Trotzdem kann es gelegentlich vorkommen, dass auch andere Busse eingesetzt werden, so wie hier ein Solaris Urbino 4. Sehen wir uns nun die Elektrobusse bei der Fahrt durch die Innenstadt an. Die Linie 90 g des Komponistenviertelung des Komponistenviertels und kaltes Komponistenviertelung des Komponistenviertels. Die Linie führt an den Arkaden des alten Rathauses vorbei und an der Thomaskirche. Früher fuhren auch MAN Diesel-Hybrid-Busse auf der Linie 89. Man erhoffte sich, dass sie weniger Kraftstoff verbrauchen würden als reine Diesel-Busse. Außerdem konnten sie rein elektrisch durch die Innenstadt fahren. Sparsamer im Kraftstoffverbrauch waren die Hybrid-Busse allerdings nicht. Inzwischen haben die LVB diese Busse außer Dienst gestellt. Hier sehen wir einen der VDL-Busse im Komponistenviertel. Fahren wir ein Stück mit. WDR mediagroup GmbH im Komponistenviertel Auf der August-Bibel-Straße können die Busse dann auch etwas schneller fahren. Hier eine Aufnahme von einer Mitfahrt in der August-Bibel-Straße. Das ist ein Plan bis dann. Die erste Haltestelle, Osterfreitagsstraße. Die erste Haltestelle, Osterfreitagsstraße. An der Scheffelstraße biegen die Busse ab, um zur Endstation Konnewitzer Kreuz zu fahren. An diesem Tag kamen wieder einmal Dieselbusse zum Einsatz. Wir sehen sie beim Abfahrtsbereich am Konnewitzer Kreuz. Direkt dahinter liegt ein Haltebereich für ankommende Busse. Die Fahrgäste können dort aussteigen. Für die Elektrobusse gibt es dort eine Ladesäule. In den 10 bis 15 Minuten bis zur Abfahrt können die Batterien nachgeladen werden. Hier gibt es auch die Möglichkeit, Carsharing-Autos oder Lastenräder auszuleihen. Der Bus fährt direkt vor zum Abfahrtsbereich. Hier kommt abends ein Bus an. Nachdem die Fahrgäste ausgestattet sind, abgestiegen sind, wird geladen. Über Nacht können die Busse im Bushof Lindenau vollständig aufgeladen werden. Im Dezember 2022 fand in Leipzig wieder der Weihnachtsmarkt statt, nachdem er vorher zwei Jahre wegen der Corona-Virus-Pandemie ausgefallen war. In dieser Zeit konnten die Busse der Linie 99 nicht durch die Innenstadt fahren. Sie wendeten daher am Wilhelm-Leuschner-Platz. Abfahrtschen nachdem. Abfahrtschen Sieg sind für die einzelnen Nacht und beten Sieg verwendet, dass Sieg auf dem Spiel ist. Abfahrt herrschen und finden Sieg in Leipzig. Abfahrt herrschen. Abfahrt, ihr mit dem Spiel weg nach Waren. Abfahrt herrschen. Abfahrt! Mit diesen Bildern sag ich für heute tschüß und bis zum nächsten Mal!